Hallo Leute, heute ist wieder Lou for you und welcome back to meinem Channel. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen, beziehungsweise fange ich gerade erst an. Ich bin gerade aufgestanden, habe mich geduscht und jetzt schmink ich mich gleich und mache meine Haare, because ich fahre gleich in einer Stunde mit meiner Mutter zu einem Musical und dann machen wir gerade noch Bilder. Wir fahren nach Stuttgart und ich fange jetzt an, mich fertig zu machen. Habe ich schon mal gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich fange jetzt einfach an. So, mein Make-up, meine Haare sind jetzt schon fertig und ich ziehe mich jetzt nur noch um und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir sind jetzt gerade schon losgefahren, beziehungsweise wir sind gleich schon da und wir haben einen kurzen Shot bei McDonalds gemacht und uns schaut jeder komisch an, weil, ja, vielleicht ein bisschen overdressed, wenn man eigentlich in ein Musical gehen will und dann halt eben im McDonalds aus hat. Wir sind jetzt gerade angekommen und haben gerade schon ein paar Bilder gemacht und jetzt läuft meine Mutter irgendwo hin. Ich habe keinen Plan, wo sie hinläuft. Pass doch mal auf mich. Ich will Bilder von mir machen, wie ich vlogge. Also hier, mach deine Bilder. Jetzt will ich keine Bilder, wenn man sagt, okay, für mich ist es vollkommen super. Wir sind jetzt gerade rüber ins Apollo Theater gegangen, weil wir wissen nicht, warum, aber wir sind jetzt halt hier. Und wir machen jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr Bilder und wissen nicht, was wir machen sollen. Wir laufen jetzt schon die ganze Zeit hier rum und in einer Stunde beginnt unsere Rundführung. Habe ich mir aber schon erzählt, welchen Musical wir gehen. Wir gehen jedenfalls in den Musical Anastasia und, ja, ich kenne auch sicher diesen, wie heißt das, Film? Film, weiß das. Wo dieses eine Mädchen, so... Ach, ihr wisst doch was, das ist diese Legende da eben. Wieder, wie es heißt, eine Zarentochter, diese Zarentochter, die halt irgendwie verschwunden ist und dann wieder auftaucht. Das meine ich, ihr kennt das hundertprozentig oder habt es irgendwie schon mal gehört. Ja, ich glaube schon. Wir kommen halt eben rein und wir gehen jetzt vielleicht noch vielleicht Kaffee trinken, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Und haben schon ein paar viele Bilder gemacht und jetzt muss ich aufhören zu vloggen, weil da jetzt überall keine Zeit kommt. Hallo Lisa. Hi. Wir sind gerade, weil wir haben gleich eine Backstage-Führung und wir warten jetzt gerade darauf, und wir sind jetzt später wieder hier rum und der hat gesagt, dass 2007, so, ähm, wer ist das? Mama, Hilfe! 2006, oder? Ja, das Grab wurde entdeckt. Ja, das Grab von Anastasia wurde gefunden. Den Romanovsen. Romanovsen, da wo Anastasia drin ist. Das heißt, die Anastasia, die damals gefunden wurde, war nicht echt Anastasia, aber das war alles Fake gewesen. Und jetzt sind meine Kindheitserinnerungen und die zerstört worden. Aber ja, es wird dann so DNA-Analysen gemacht und diese Anastasia war halt in diesem Massengrad von Romanovsen. Das heißt, die Anastasia, die damals gefunden wurde, ist halt echt Anastasia. Finde ich jetzt halt scheiße. Ich bewege mich ein bisschen um dich drumherum. Ja. Möchtest du das später mal beruflich machen, hast du gesagt. Ja, ich habe überlegt, ich wollte später eigentlich mal Tanzpädagogik machen, also beziehungsweise eben auch eine Tanzlehrerin oder Tänzerin oder sowas. Aber ich wollte halt trotzdem nebenbei unbedingt noch Schauspiel nebenbei machen, aber habe gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so aufgeht, wie ich. Das würde natürlich vielleicht Schauspieler als Hauptberuf machen. Da verdient man aber nicht viel Geld, ne? Ja, das tänzt du dann auch nicht. Ne, das stimmt. Das stimmt. Aber man kann davon leben. Ich habe ja bald auch... Apsch, 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 streng geheim erzählst du uns dann noch, ne? Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn es so weit ist. Ja. Ja. Wir sehen, dass wir richtig geile Plätze haben. Ja, wir sitzen in der zweiten Reihe, in der Mitte. Wer ist das? Mitte. Unten, direkt an der Bühne. Parkett. Ja. Parkett, das heißt. Ja. Ähm, nicht bitte. Aber im Parkett in der Mitte sitzen wir halt unter der Zeitreihe. Man sieht alles. Es ist richtig geil. Mhm. Habe ich wieder Kutte gekriegt, oder? Ja, das ist sehr schön. Ja. Aber die Wechselertführung war auch relativ gut, wenn es sich relativ sehr gut gemacht wurde. Ja. Und es ist jedes Mal anders, ne? Ja. Und jedes Mal würde ich mich da hinten drin verlaufen. Ich nicht. Ich habe mir mittlerweile einen guten... Und du hast noch von mir behauptet, ich habe keinen guten Orientierungssinn. Girl, are you kidding? Ja, aber ich wusste, da kommt die Wendeltreppe. Mimimi. Oh. Du bist grün im Gesicht. Nee. Hä? Hä? Ja. Und gleich geht's los, ne? Genau. Es ist Pause. Ja, und ich finde, bis jetzt ist das das Beste, was ich hier gesehen habe. Und ich habe schon einige gesehen. Und ich finde, bis jetzt... bis jetzt könnte auch einiges kommen. Das Beste, was ich hier gesehen habe. Und ich hatte hohe Erwartungen daran, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist. Und die denken, es ist mehrschel-Legenden. Es ist mehrschel-Legenden, wie auch immer man das denken kann. Ähm, als ein Lieblings von mir. Und ja, ich hatte da deswegen hohe Erwartungen daran. Und bis jetzt sind alle erfüllt. Und I love it. Es ist schon zwei Tage her, dass wir im Musical waren. Und ich habe bis jetzt einfach keine Zeit gefunden, diese Absprüche zu machen. Beziehungsweise diese Rezension, nennt man das so? Keine Ahnung. Aber ich fand das Musical mega geil. Es war eines meiner absoluten Favourites. Nicht sogar eigentlich. Ich brauche die Tür zu. Und sogar eigentlich mein Lieblingsbissiker, wo ich hier drin war. Es war das Beste, wo ich je war. Also, vor allem, ich liebe diese Hintergrundgeschichte. Und ich muss gleich noch mal eine Story erzählen. Das war so krank. Da gab es so Flyer, wo man sich rausnehmen konnte. Und da bestanden halt so, meine Mutter will so einen rausnehmen. Kommt so ein Typ von hinten. Und sagt so, ja, hier, guck mal, da haben Sie einen besseren. Und ich hole ihn einfach gerade mal, warte mal. So jedenfalls, hier ist der jetzt. Und das ist halt so ein, wie kennst du es ja? Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber Flyer, irgendwie sowas. Und dann sagt sie so, ja, schauen Sie da mal rein. Meine Mutter klappt das erst mal so auf. Macht so, hä? Und dann sagt sie so, klappen Sie noch weiter auf. Dann klappt meine Mutter noch weiter auf. Und dann sagt sie so, hä? Und da stehen halt einfach diese Unterschriften. Das wird so unterschrieben von voll vielen Leuten und so. Warte, ich mach es doch mal. Da sind überall Unterschriften drauf. Und keine Ahnung, warum uns dieser Mann das geschenkt hat. Oder wer das war. Aber, ja geil. Ich weiß noch nicht, warum hat er uns das geschenkt. Ich weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung, sehr geil. Aber ich feiere diesen Typ dafür. Wie gesagt, es war das beste Musical, wo ich je drin war. Meine Mutter findet, es war gut, aber nicht das Beste. Für sie ist Tanz im Vampire immer noch das Beste, wo ich je drin war. Aber ich finde, das war einfach so gut. Ich liebe es. Und ja, die Gesamtrezension zu dem Musical von mir ist auch sehr gut. Also manchmal wurden Texte geändert. Also vom Lied. Das war ein bisschen sehr verwirrend. Aber ansonsten ist es eigentlich richtig geil. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Lou for you.